Die hier rundher zur Erkenntnis an der Eckern-Förder-Bucht haben wir gelben Wasser am Strand. Hier kennen wir jetzt mal die Spur, woran das wohl ist. Dort haben wir das Richtige Lösungen. Da steht die Mathe und sollte jetzt winden, tut sie nicht, macht nichts. Aber wir sehen hier, dass da die Steilkiste abgebrochen ist. Da ist der Lehm heruntergekommen und vom Wasser hier ausgespielt.